Ja, ich weiß. Jess? Was? Bitte ein Verband, bitte ein Verband, bitte ein Verband. Bitte ein Verband. Äh. Hi. Also wenn das die Macher von dem Spiel sind, ne? Ich hasse euch. Yay, Doom spielen. Was? Pater Porca Pocari. Ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Luther Milch? Oh, die Jute, die Luther Milch. Erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich. Und das bezweifle ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hatten schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt. Und ihre Mutter, was ihrer Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Tod? Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls mein Pater Luther Milch. Luther King. Luther Milch. Dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte. Ich stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davon läuft. Seit ihr in Knast oder wat? Dazu kommt noch, dass sie die Unterschrift ihres Vaters auf den Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Shelley Parham, Vertrauenslehrerin, St. Sybils Schule. St. Sybils. Sonst nichts. Kann man nichts machen? Nein. Komm schon. Genau hinsehen. So. Ach, komm schon. Ein Verband. Ah, scheiß jetzt mal drauf. Ja. Was jetzt mal Wichtige. Es ist ein Kackverband, weil diese Einblattung nervt. Verband. 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 Wo komm ich jetzt eigentlich? Ey, der wollte doch gerade was aufnehmen. Okay, da kann ich auch nichts machen. Alter Videoprojektor. Also Videotisch. Oh, Verband. Noch eine. Moment mal. Also ich habe ja jetzt schon ein bisschen gecheckt, dass das hier so eine Traumwelt ist. Wenn das eine Traumwelt ist, wieso kann ich dann hier Batterien nehmen und wieso geht die Batterie der Kamera leer? Ja. Hä? Gute Frage, ne? Nächste Frage. Noch einer? Okay. 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 Ich brauche mal einen Verband. Boah, die zwei sind gruselig. Ich brauche mal einen Verband. Ah. Danke. Ich könnte aber jetzt noch einen vertragen. Okay. Zwei Batterien. Drei. 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 Wir gucken einfach mal hier ein bisschen rum. Genau sowas. Strangled. Erhangen. Hat sich die Kleine erhangen oder was? Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. Hä? 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 Okay. Okay. Hä? Hä? Er ist gekommen. Mhm. Er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Du hattestes Wettbewerb! Er ist noch nicht substaniert. Er ist noch nicht... ... geworden. Erstmal müssen wir ihn auf die Krasse nehmen. Ich hab meine Hämmer und Nails. Lass uns das Blatt hin. Er wird kommen von Locust Wings, Immaculate als Neubborn. Er wird uns seine Heilung. Er wird die Heilung. Er wird auf eine Krasse und sterben. Er wird gegründet. Aber er wird wiederkommen, in mehr perfekte Blatt. Er wird von dieser Blatt in der Heilung. Und wir werden von unseren Schäden. Und wir werden das Blatt verletzt. Die Erde. Siehst du? Wir haben alles vorbereitet. Alles ist bereit für dich. Was? Mach das nicht! Bitte! Wo ist deine Heilung? Du solltest du eine Heilung für uns haben. Um uns zu retten. Eine Heilung nach dem Ende. Eine Heilung? Die Wahrheit. Die Heilung. Die Heilung. Sie haben lange Zeit auf dich. Die Heilung. Die Heilung. Die Heilung. Die Heilung. Wollen Sie das in? Warte! 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 Das war nicht so schlecht, war es? Was ist das? Dick, hör mir da. Ist das eine Kamera? Eine Rekord? Natürlich. Wie kann ich nicht sehen, dass ein modern Christus eine Kamera benutze, nicht ein Buch? Das ist unsere Gospel. Wie kann ich nicht wissen? Nein, 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 nein! Ich hoffe, du hast genug Batterien. Wir gehen sie nämlich immer aus. Alter, das muss doch wehtun. Das muss wehtun. Super. Nein, was du nicht sagst. Oh Gott. Ich hoffe, ich gehe richtig. Das weiß man. Beim Späerni. Okay. Okay. Also Mini-Me hat jetzt meine Kamera. Und ich darf sie mir jetzt zurückholen. Du hast deine Kamera nicht. Was du nicht sagst. Oh Gott, ja lass mich da durch. Okay, folge dem Blut. Ja, also hier muss es ja hoffentlich jetzt helle Stellen geben. Ist jetzt nicht dein Ernst. Ehrlich jetzt. Och komm schon. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh Gott. Oh Gott. Oh, 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 oh. Okay, Kretzeljub hängt da. Der Große hängt da. Scheibe. Okay, hier muss irgendein verkackter Verband sein. Ja, die anderen wäre auch noch eine Idee. Okay. Das schaffen wir, das schaffen wir. Gott sei Dank muss ich jetzt nicht dahinten zu denen, an denen vorbei irgendwie. Pssst. Pssst. Also, naja, okay, man könnte jetzt sagen, man könnte ja weglaufen. Okay, wo ist meine Kamera? I need my camera. Guck mal, ist das nicht dein fucking Ernst? Jupp. Ja, rennt. Ihr wisst direkt, wo ich bin. Ach, komm, John. Gebeg. Oh, Gott. Wow. Da, verbannt. Verbannt. Meins. Schrei nicht so rum. Du machst die Leute ja noch wach. Oh, oh. Oh, oh. Ich hoffe, der kann lange die Luft anhalten. Oh. Ich seh nix. Nein, du hast nix gesehen. Ich geh doch. Ich geh doch. Bleibte jetzt da? Wow. Alter. Dein Ernst? Geh weg. Geh weg. Danke. Bleib liegen, Jung. Bleib liegen. So. Wenn ich jetzt wüsste, wo zum fuck ich lang müsste. Muss ich jetzt da lang? Muss ich da rein? Fick ich mich überhaupt? Fick ich mich überhaupt? Fick ich denn nicht? Fick ich mich? Fick ich mich... Nein, du siehst mich nicht. Das muss ich dir. Geh doch nicht zur Hütte, Mann. Ne, von... Von da hinten komme ich hier, aber der... Alter, willst du mich verarschen? Was denn? Ich will jetzt nicht rausgucken. Nachher steht der Wurm hier. Da ist er. Ui! 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 Uh-huh. Ohhhh, Verbände! Oh, komm schon. Was? 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 Uh, nein. War ja klar. War ja klar. Also entweder der hat bei dem Absturz einen Schaden bekommen und der träumt das jetzt alles nur oder das ist ein echt harter Trip. Da gehe ich bestimmt nicht lang. Okay. Wieso sage ich das eigentlich immer und doch muss ich da lang? Was muss ich denn jetzt machen? Was gibt es denn jetzt schon wieder hier? Oh, guck mal da. The children. Nee, safe geht nicht. Aber the children ist das. The children. Ja, hör mal auf zu ruckeln. Ich weiß, dass du nicht echt bist. Ja, hör mal auf zu ruckeln. Was? Aha. Alles klar. Alles cool. ... ... ... ... ... ... ... er hat wora Nahsch을 보면 die bürger geistes ungestört Wie? Kein Du mehr? Okay. Hallo. Moment, hier war ich doch eben schon. Aber ich gehe immer weiter zurück. Warum? Nein, wie kommt es denn da drauf? Nope, auf Klo gehe ich nicht. Horrorfilme, Horrorspiele, Klos, Emma, Meiden. Immer. Keine... Da gibt es keine Ausrede. Immer. Okay. Gibt es nichts. Wer zum Fick bist du? Scheiß drauf, was ich gerade gesagt habe. Was war das? Jetzt habe ich nicht nur Hackel-Uschi hier. Jetzt habe ich auch noch... Mir fällt gleich ein Name ein. Was war das denn für ein Muschi-Jupp? Kretze-Peter, Hackel-Uschi, und jetzt noch der Muschi-Jupp. Ach, das Spiel macht mich gericht. Ich mache drei Kreuze, wenn das hier vorbei ist. Ich mache drei Kreuze, wenn das hier vorbei ist. Ich mache drei Kreuze, wenn das hier vorbei ist. Ich mache drei Kreuze, wenn das hier vorbei ist. Ich mache drei Kreuze, wenn das hier vorbei ist. Alter, ich werde hier raus. Kuss! Ich soll mich erinnern, wo ich ihren Kuss... ...gespürt habe. Was war wo? Jausen! Was du nicht sagst! Fuck, 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 fuck! Der ist gar nicht so erschreckend, aber dieses kleinen Eros von mir! Fuck! Ah, verstecken! Was? 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 Was?